Ja, ich gehe ja schon! Gut, Niklas wird nur schnell weggeschickt. So, Chromie, das Leben ist ein Ponyhoof. Zack, zack, direkt hier bei mir. Hä? Ach, man muss gedrückt halten. Sonst steht da ein bisschen auffällig langer. Ach, scheiße. Und? Was ist denn, wo lag die denn? Wo? Moment mal! Wo? Moment mal! Lass doch mal bitte was. Ja, ich komme Navigation rein. Nichts böses ahnen. Steht Stanzhol auf Saftsacksleiche. Ich habe mich schon gefragt, wo ihr alle seid. Ja, ich kann jetzt auch nichts zu meiner Verteidigung sagen. Es war einfach nur mega schlecht. Ich war noch nicht im Trostraum. Okay, raus. Ich glaube, das ist so unklapplich wie eine Tatsche für mich. Ich bin alle gespannt. Wow, das ist einfach so. Sehr gut. Danke. Genial. Wenn sie das jetzt nicht zugegeben hätte, Schläf, hätte ich direkt dich verdächtigt. Ehrlich? Ja, natürlich. Weil er rausgekommen ist und da wieder reingelaufen ist und ich gekommen bin. Ja, pass auf. Ich dachte, ich habe da eine Aufgabe und dann steht er so und... Hä? Keine Aufgabe. Geh raus und merke dabei, wie der Report-Button ausgegraut wird. Und deshalb bin ich wieder zurück. Ich dachte, boah geil, der läuft wieder raus. Er hat ihn nicht gesehen. Ihr könnt für euch selbst, ihr könnt auch noch außen schläfen. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte das noch so ein bisschen genießen. Ja, Leute, Leute, ich muss mich erst mal mit so einem... Aber wo war die denn alle am Anfang? Keiner ist irgendwie mit einer Rechtskommission gekommen. Doch, wir waren alle rechts. Ja. Hatte die alle bei der Webpip? Ja. Ja. Ich hatte das gar nicht. Ich habe Weapon-Motion gemacht. Boah, wer hat denn jetzt schon wieder so einen... Echow. Echow. Das war die riechtig schlechte. Echow. Ja, das war echt richtig schlechte. Echow. 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 Echow, schnellste Runde? Das wird Zeit. Echow. Echow. Ach man, ich wollte sich niemanden töten und da... Echow. 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 Echow.